Hallo meine Gutten, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video von mir. Es ist eine kleine Weile her, aber ich war mal wieder unterwegs und habe verrückte Sachen gemacht, deswegen wird es Zeit für ein neues Video. Ich habe mir die Augen lasern lassen. Ich will einfach so ein bisschen möglichst kurz euch so durchführen, Vorbereitung, wie ist die OP, was gibt es für Möglichkeiten, was kann man machen und dann natürlich, wie ist es hinterher, tut es weh, kann man wieder Auto fahren, wann kann man wieder arbeiten gehen und so weiter und so fort. Einfach so ein paar Fragen beantworten, die wichtigsten vielleicht und ja, dann fangen wir gleich an, damit das Video nicht zu lang wird. Ich war, mittlerweile muss ich in der Vergangenheitsform sprechen, ich war Brillenträger. Ich war kurzsichtig, das heißt, auf die Nähe kann ich sehen, aber auf die Weite nicht mehr. Ich war jetzt nicht extrem blind, ich hatte zum Schluss, Moment, minus 2,5 und 2,75 Dioptrien. Aber auf jeden Fall so blind, dass ohne Brille keine Option war. Und ja, was soll ich sagen, irgendwann hat es mich einfach genervt. Einfach, Brillenträgern brauche ich nichts zu erklären, die kennen das alles selber. Für Leute, die keine Brille tragen, du hast einfach ständig was im Gesicht. Du hast immer einen Rand, egal ob du eine Brille auch ohne Rand hast oder mit ganz dünnem Rand oder vielleicht sogar eine Statementbrille. Du siehst einfach immer in deiner Peripherie, da ist irgendwas und irgendwann hört das Blickfeld auf. So der Klassiker beim Autofahren. Ich kann nicht einfach kurz mit den Augen einfach nur nach drüben linsen, um zu schauen, was im Spiegel passiert. Ich muss meinen Kopf drehen, weil es einfach da hinten in dieser Ecke diese kleine Lücke gibt, wo ich nichts mehr sehe. Dann beim Sport. Ich zum Beispiel, ich reite, wie ihr wisst. Es ist viel Staub manchmal in der Halle, dann ist die Brille voll. Oder du bist ausreiten, weiß ich nicht, irgendwo durchs Gebüsch, dann kommt ein Ast. Busch, hast du irgendwie Wassertropfen auf der Brille. Das ist wahnsinnig nervig. Hast vielleicht jetzt nichts dabei, wo du schnell abwischen kannst. Ständig ist deine Brille schmutzig. Es spiegelt, wenn du Auto fährst, nachts mit Regen. Also das war für mich immer super unangenehm, wenn ich nachts bei Regen Auto gefahren bin, weil ich eh schon so eine Aura habe, sage ich mal. Das heißt, wenn ich Lichter sehe, habe ich immer diesen extremen Lichtschein drumherum, was dann wahnsinnig blendet. Wenn dann noch das Wasser dazu kommt, auf der Windschutzscheibe, auf der Straße und so weiter. Ja, und was mich am allermeisten immer genervt hat, ist das Problem mit Sonnenbrille. Ich trage gefühlt seitdem ich Brille habe, also seit ungefähr, seitdem ich 17 bin, so gut wie nie Sonnenbrille, weil ich eigentlich zwei brauche. Ich brauche eine Sonnenbrille mit Stärke, weil wenn ich meine Brille einfach ausziehe und die Sonnenbrille drauf tue, logischerweise, ich bin kurzsichtig, ich brauche etwas. Das heißt, du zahlst wieder relativ viel Geld, muss vom Optiker angepasst werden und so weiter. Oder man trägt Kontaktlinsen, die man sich auch wieder kaufen muss, die auch wieder Geld kosten. Und dann brauche ich aber eine Sonnenbrille ohne Stärke, die jetzt natürlich nicht so teuer ist. Aber je nachdem, ich habe das ganz oft gehabt beim Autofahren, keine Ahnung, du fährst auf die Autobahn, Sonne steht tief, buff, du bist geblendet. Die Autos reflektieren, du bräuchtest eigentlich eine Sonnenbrille. Wenn ich jetzt eine Brille trage in dem Moment, müsste ich jetzt während der Autofahrt bei 120, 140, 160 schnell meine Brille ausziehen, irgendwo safe hinlegen, damit sie nicht kaputt geht. Dann muss ich die neue Brille aufziehen. Es ist ein Struggle, genauso im Urlaub am See, du musst immer Ersatzkontaktlinsen dabei haben, falls dann irgendwie da was nicht funktioniert, müsstest du eine Ersatzbrille dabei haben. Oder du hast von vornherein eine Brille auf, was man jetzt vielleicht nicht möchte, wenn man gerade am Strand liegt und baden geht. So, the struggle is real und irgendwann hat das dann so ein Ausmaß angenommen, dass es mich einfach wahnsinnig angegast hat. Dann hat meine Schwester vor, ich weiß gar nicht, drei oder vier Jahren beschlossen, sich die Augen lasern zu lassen. Und ich war dann natürlich involviert, wir haben uns unterhalten, sie hat mir alles erklärt. Ich habe sie auch dann zur OP gefahren an dem Tag der Operation. Und da war dann so das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, so einen Moment, vielleicht sollte man was dagegen tun. Und nachdem dann meine Schwester auch total begeistert war und gesagt hat, du fühlst dich wie ein neuer Mensch und du siehst auch irgendwie ganz anders, weil die Brille, auch wenn du zwar scharf siehst, aber du hast ja immer eine versetzte Lichtbrechung, weil du hast erst die Brille, dann ist doch mal eine kurze Distanz, bis es dann in deine Augen geht. Also sie meinte, man sieht gefühlt mehr 3D als mit Brille tatsächlich, wenn man es dann hat lasern lassen. Ich war begeistert und habe mir dann gedacht, das will ich auch machen. Zur Örtlichkeit, das ist das Augenlaserzentrum, ne Entschuldigung, das Augenzentrum München nennt sich das. Die haben eine Praxis am Max-Weber-Platz und dann die OP findet in der Messestadt Riemen statt. Da war meine Schwester, so bin ich draufgekommen und war eigentlich begeistert, weil von allem, was sie erzählt hat, hat das einen sehr guten Eindruck gemacht, auch von den Referenzen im Internet und so weiter und so fort. So, also habe ich beschlossen, das will ich auch. Das läuft dann im Endeffekt so ab, es gibt quasi drei Termine. Es gibt einen Beratungstermin, es gibt eine Prä-OP-Untersuchung und dann gibt es die OP an sich. Und dann noch Nachbehandlungstermine, Nachkontrollen, aber das ist nicht so wichtig, sage ich mal. So, das heißt, ich habe beschlossen, ich mache das, ich habe dort angerufen, habe einen Termin ausgemacht. Der erste Beratungstermin ist im Endeffekt nur, um dich zu beraten. Also, das heißt, die Dame oder der Herr erklärt einfach, was ist so eine Augen-OP, was wird operiert, wie wird es operiert, was gibt es für Möglichkeiten, was muss man beachten. Und dann werden aber tatsächlich auch schon so, ich weiß gar nicht, drei, vier Tests durchgeführt, um so die ersten Parameter deines Auges abzuchecken, um zu gucken, ob du überhaupt geeignet bist für eine OP. Frag mich jetzt nicht nach den Details, ich bin nicht dieser Arzt, ich habe das nicht gelernt, also das machen die dann mit euch, aber es geht zum Beispiel um Hornhautdicke oder Hornhautelastizität, weil natürlich die Hornhaut in irgendeiner Form beschädigt wird, geschnitten wird, weggelasert wird, erkläre ich gleich noch, und wenn die von vornherein zu dünn ist, dann läuft man natürlich Gefahr, dass da später Probleme entstehen. So, wichtig, diese Voruntersuchung kostet. Ich glaube, es waren knapp 40 Euro, die man selber zahlen muss. Überhaupt, die ganze Untersuchung ist nicht von der Krankenkasse abzusetzen. Das heißt, ich glaube, Krankenkassen übernehmen, wenn man extrem kurzsichtig ist, ab, weiß ich nicht, minus 7, 8, 9 Dioptrien, gibt es Möglichkeiten, weil es dann als eine Art Behinderung betrachtet wird, aber in dem Bereich, wo ich mich bewege, das ist eine Schönheits-OP. Das heißt, du kriegst keine Kosten erstattet und du wirst auch nicht krankgeschrieben. Das muss einem vorher klar sein. Das sagen die dir aber auch oft genug, also von dem her, okay. Aber der erste Termin kostet. Bei mir wurde festgestellt, es funktioniert, man kann mein Auge lasern. Und dann hat es ungefähr nochmal drei Jahre gedauert, bis ich es dann tatsächlich gemacht habe, weil man braucht das Geld, es waren noch andere Sachen dazwischen, die erstmal Priorität für mich hatten. Dann war ich, ich glaube, so April rum, war ich dann mit meiner Schwester, April, Mai. Und irgendwie sind wir wieder aufs Thema gekommen und das war wirklich so, auf einmal war so dieses, ich habe keinen Bock mehr auf Brille. Ich habe keinen Bock mehr, das muss jetzt aufhören, ich will jetzt diese OP machen. Geld war da, alles hat gepasst, da habe ich gesagt, so und jetzt auf geht's. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man irgendwas hat, was man unbedingt will und worauf man schon eine ganze Weile wartet, irgendwann kommt so der Moment, wo du das Gefühl hast, ich kann jetzt nicht mehr. Es muss jetzt passieren, ich kann einfach nicht mehr. Und das war bei mir genauso. Auf einmal war das so, es war in meinem Kopf, ich war so gehypt, ich hätte am liebsten gleich meine Brille aus dem Fenster geschmissen, so in dem Motto, weg damit. Es musste jetzt sein. Und ja, dann habe ich da angerufen beim Augenzentrum und habe gefragt, ob ich jetzt nochmal eine Voruntersuchung machen muss, um das, vielleicht hat sich ja was verändert, oder ob ich direkt zu dieser Vor-OP-Untersuchung gehen kann. Und die waren so nett, haben gesagt, natürlich, kein Problem, kommen sie direkt und dann machen wir diese letzte Untersuchung vor der OP. Diese Untersuchung dauert ungefähr drei Stunden. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Es ist nicht schmerzhaft, es ist kein Problem. Also letzten Endes, keine Ahnung, ich glaube 99% der Tests bestehen einfach nur darin, dass du irgendwo reinschaust, irgendwelche Lichter bewegen sich und dann irgendwann hört es auf. Also nicht schmerzhaft, gar nichts. Man bekommt vorher allerdings Augentropfen, die die Pupille erweitern, damit einfach mehr Licht reinfällt, damit man da besser sieht, was, sage ich mal, hinter den geschlossenen Türen so vor sich geht. Und, also bei mir haben die Tropfen ein bisschen gebrannt. Keine Ahnung, liegt vielleicht auch an mir. Ist aber kein Problem. Man muss einfach nur wissen, dass man danach relativ schlecht sieht und die Augen sind sehr lichtempfindlich, weil halt einfach die Pupille komplett groß ist. Also du siehst dann keine Iris mehr, du siehst wirklich nur noch schwarz. Das heißt, du siehst nicht mehr so gut, bist sehr lichtempfindlich. Das heißt, man braucht jemanden, der ihn danach dann nach Hause bringt oder fährt. Je nachdem. Was auch gemacht wird bei der Untersuchung, es wird schon ein, ich sage jetzt mal, ein digitaler Abdruck deines Auges gemacht und alles festgelegt, wo müssen wir hin, was muss weg, wie viel muss weg und so weiter. Und das wird dann am Tag der OP einfach so gesehen in den Laser eingespult, also wie so eine Art Diskette, keine Ahnung, man steckt es rein und dann kommt da Uschi und dann weiß der Laser, was er machen muss. Diese Abdrücke und diese Messungen werden auch schon gemacht an dem Tag. Und dann ging es tatsächlich alles relativ schnell. Ich habe Glück gehabt, dass ich noch im Juli, ja 15. Juli, einen Termin bekommen habe. Der nächste wäre dann erst irgendwann Ende des Jahres gewesen. Und dann ist der Tag der OP. Vorher gibt es nicht so viel zu beachten. Man darf, wenn man Kontaktlinsenträger ist, ich glaube, ein oder zwei Wochen keine Kontaktlinsen mehr tragen. Man muss drei Tage vorher regelmäßig Augenbefeuchtungstropfen nehmen, damit man da gut geprept und geprimed ist. Und am Tag der OP, man darf kein Nichts ins Gesicht tun, keine Creme, kein gar nichts, kein Deo, kein Parfum, alles was so ein bisschen aggressiv ist, schätze ich mal, weil die Dämpfe dann ja hochsteigen und das dann vielleicht ins Auge geht. Ich habe keine Ahnung. So, und dann fährt man dahin und dann bekommt man erstmal wieder einige Augentropfen. Man bekommt wieder was, um die Pupillen zu erweitern. Man bekommt ein Betäubungsmittel in Form von Augentropfen. Und genau, da werden nochmal ein paar Sachen kurz geklärt. Und dann bekommt man ganz zum Schluss ein kleines Leck-mich-am-Arsch-Getränk, dass man so ein bisschen ruhiger wird. Und dann geht man eigentlich schon in den OP-Raum. Ich muss tatsächlich sagen, ich war gar nicht so aufgeregt, also schon ein bisschen Magenrumoren, aber ich habe überhaupt keine Angst gehabt. Ich weiß nicht, ich war einfach nur voller Vorfreude und konnte gar nicht erwarten, dass es jetzt endlich soweit ist und dass es da noch endlich vorbei ist und ich meine Brille wegpacken kann. Die waren auch alle ganz erstaunt und dann haben gesagt, ja, sind sie nicht aufgeregt? Ich habe gesagt, oh mei, keine Ahnung, jetzt nicht großartig. Ich freue mich einfach nur tierisch. Und dann haben sie alle gelacht und gesagt, okay, das haben wir so irgendwie auch noch nicht erlebt. Naja, war ich wohl einer der Ersten, aber ich habe mich einfach gefreut. Der Zeitpunkt war halt einfach richtig. Dann geht man in den OP-Raum. Und genau, dann legt man sich auf die Liege. Im Endeffekt, der Arzt sitzt hinter dir. Du liegst auf so einer ganz normalen Arztliege. Der Arzt hinter dir mit quasi seinen Knien bei dir an der Schulter. Zwei Schwestern waren noch mit im Raum. Und der Laser ist im Endeffekt so ein bisschen wie beim Zahnarzt. Dieses Licht, was die immer so vor dir hin und her schieben, so ähnlich kam mir das vor. Ein bisschen größer natürlich, aber das ist einfach wie so ein Arm, der dann, wenn es so weit ist, vor dich drüber geschoben wird. Und überhaupt nicht gruselig, nicht laut. Also man braucht sich da wirklich keine Gedanken zu machen. Was allerdings zuerst gemacht wird, was wahrscheinlich der einzige Teil ist, der tatsächlich ein bisschen unangenehm ist, man bekommt eine Augenklammer. Logischerweise, du sollst ja nicht blinzeln und irgendwie durch die Gegend duddeln. Das heißt, du bekommst eine Klammer, mit der dein Auge aufgespannt wird. Und das ist trotz Betäubung unangenehm, weil du einfach diese Krallen merkst, wie die so quasi sich unten und oben reinschieben. Dann wird noch ein bisschen so aufgedreht. Das war unangenehm, nicht schmerzhaft, nicht furchtbar, einfach unangenehm. So. Dann sagt er, schauen Sie da ins grüne Licht. Du schaust ins grüne Licht und nach einer Minute ist das erledigt. Eine Minute pro Auge. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Es ist so schnell und unproblematisch. Es ist echt der Wahnsinn. Danach werden Augenspülungen gemacht, weil es natürlich, es ist gebündeltes Licht, es ist warm. Wir alle wissen, das Auge ist empfindlich. Stellt euch einfach vor, wenn ihr manchmal so ein ganz Hauch, kleines Fädchen oder ein Mini-Krümelchen im Auge habt und ihr habt das Gefühl, euch steckt gerade so ein Sandkorn drin. Es ist halt einfach empfindlich. Deswegen muss das Auge danach gekühlt werden. Das heißt, du hast ja eine Augenklammer noch drin, der Arzt spült dann einfach gefühlt eine Minute durchgehend mit eiskalter Flüssigkeit durch. Das läuft wirklich wie so ein Bach durch dein Auge. Ist ziemlich kalt und dadurch auch unangenehm. Und ja, keine Ahnung. Ja, es ist einfach ein bisschen unangenehm. Dann kommen noch zwei, drei andere Sachen, die noch mit reingespült werden sollen. Dann ist das Thema rum und dann kommt das nächste Auge. Und das war's. Das war's. Also du bist drin und bevor du überhaupt noch dich aufregen kannst, wie unangenehm vielleicht die Augenklammer oder was auch immer ist, bist du eigentlich schon wieder draußen. Dann bekommst du erstmal eine Kühlbrille auf die Augen. Nochmal eine halbe Stunde warten, um zu gucken, ob alles passt bei dir. Und dann darfst du nach Hause gefahren werden. Logischerweise kannst du nicht selber Auto fahren und auch in keinster Form am Straßenverkehr teilnehmen, weil du ja wieder die augenerweiterten Tropfen bekommen hast und dadurch sehr lichtempfindlich bist und natürlich alles dann schon anfängt, ein bisschen empfindlich zu werden. So. Kurz zu der Form der OPs, was man machen lassen kann. Also ich persönlich hätte jetzt drei Möglichkeiten gehabt und zwar die erste, Kontaktlinsen einsetzen. Also das heißt, es wird quasi ein Schnitt an die Seite vom Auge gemacht, eine Kontaktlinse reingeschoben und dann halt das zu und fertig. Das ist wie eine Kontaktlinse, die man sich außen aufsetzt, nur ist sie halt innen drin. So. Ist relativ teuer. Ich meine, mich zu erinnern, dass das irgendwie bei 6.000 oder sogar 7.000 Euro lag, hat aber natürlich den Vorteil, dass man diese Linse, wenn sich jetzt doch nochmal irgendwas an der Sehstärke ändern sollte, wieder tauschen kann. So. Die andere Möglichkeit ist zu lasern. Da gibt es zwei Optionen und zwar zum einen kann man, wie soll ich sagen, die oberste Schicht der Hornhaut wegschneiden, dann umklappen und dann reinlasern. Und wenn man mit dem Lasern fertig ist, klappt man das Ding wieder zu. Finito. Diese Methode hört sich zwar sehr viel gruseliger an, weil das ist genau die Angst, die wahrscheinlich jeder hat. Oh Gott, da schneidet mir irgendjemand am Auge rum. Hat aber den Vorteil, dass das extrem schnell verheilt. Also im Endeffekt kannst du mehr oder weniger am nächsten Tag wieder Auto fahren, auf Arbeit gehen, alles ganz normal, 100% Sehfähigkeit. Also das ist wirklich am nächsten Tag nach der OP ist alles, als wäre nie was gewesen. Liegt daran, weil die Schnittstelle die verheilen muss, das ist im Endeffekt wie mit Haut. Du schneidest dich, es blutet, dann kommt ein Grind und irgendwann fällt der Grind ab und dann ist es verheilt. So ist es auch beim Auge, jetzt ohne das Blut natürlich, es gibt ein Grind, eine Verkrustung, da wo die Schnittstelle ist und wenn die natürlich ums Auge, um die Pupille rum ist, wie es in dem Fall der Fall wäre, weil man ja quasi oben abschneidet, damit dann die Pupille, der Bereich frei liegt, wenn man das zuklappt, dann ist die Verkrustung außen rum. Das heißt, geradeaus kannst du ganz normal schauen und das ist ja nur dieser ganz dünne Schnittrand, der wieder verheilen muss, das geht sehr schnell. Ich habe die andere Methode gewählt, weil mir das der Arzt empfohlen hat, weil ich so einen Wert hatte, der nicht so optimal war und da hat er gesagt, dann können wir nur diese Variante machen, um einfach das Risiko zu minimieren und zwar wird da nicht geschnitten, deswegen heißt es auch die No-Touch, das No-Touch-Laser-Verfahren, da wird einfach die Fläche, die sonst umgeklappt wird, wird komplett weggelasert. Also du schaust ins Licht, das brennt dir quasi erstmal in diesem Bereich frei und dann geht es hinten rein, da wo es arbeiten muss. Der Vorteil ist, keiner schneidet an einem Auge rum, der Nachteil ist, verheilt natürlich nicht so schnell, weil einfach die komplette Schicht wieder, die Hornhaut muss von allen Seiten wieder zusammenwachsen, das dauert sehr viel länger, man sieht nicht so schnell optimal, aber ja, das muss im Endeffekt jeder für sich selber wissen, was einem lieber ist oder auch was der Arzt empfiehlt, hängt ja wieder von den Voraussetzungen ab. Das läuft im Endeffekt so ab, man braucht ungefähr eine Woche, hat der Arzt gesagt, bis es wieder komplett zusammengewachsen ist. So, das ist die Phase, wo man aufpassen muss, weil kein Staub, überhaupt nichts in die Nähe, am besten auch keine Creme, überhaupt nichts, also da muss man sehr vorsichtig sein, weil es halt wie die offene Wunde ist. Dann kommt die Phase, wo das aufeinander trifft, also die Zellen wachsen quasi von außen zusammen, treffen aufeinander, dann biegt sie es hoch, weil es sich wie so zwei Sandhaufen, die man zusammenschiebt, auftürmt, dann sieht man relativ schlecht für eine kurze Zeit und es ist auch ein bisschen unangenehm, weil du dann wieder dieses Fremdkörpergefühl hast, dann legt sich das nach unten und das ist der Moment, wo es dann eigentlich vorbei ist und super ist. Aber im Endeffekt heißt das, dass du hast eine Phase von, also eine Heilungszeit von knapp einer Woche ungefähr und dann hast du nochmal ab dem Zeitpunkt zwei bis drei Wochen, wo es zu Seeschwankungen kommen kann, was nicht heißt, dass du da drei Wochen daheim bleiben musst und nicht mehr Auto fahren kannst oder was auch immer, um Gottes Willen. Du kannst theoretisch auch schon nach drei Tagen wieder arbeiten gehen, du musst halt sehr, sehr vorsichtig sein, dass da nichts reinkommt und schminken geht natürlich nicht, Staub und so weiter, da muss man aufpassen. Und ja, die ersten zwei Tage, um jetzt wieder zu meinem Prozess bis dato zurückzukommen, die ersten zwei Tage waren schon unangenehm. Es ist immer schwierig, Schmerz zu definieren oder Unangenehmheit, nenne ich es jetzt mal. Da ist jeder anders drauf. Ich fand es einfach nur sehr unangenehm, weil dieses Fremdkörpergefühl ist wahnsinnig nervig. Bei mir waren die Augen extrem angeschwollen, also ich konnte tatsächlich für ungefähr 24 Stunden, lass es 30 gewesen sein, konnte ich meine Augen eigentlich überhaupt gar nicht aufmachen. Also ihr seht, ich habe eh schon sehr kleine Äuglein und wenn die dann noch zugeschwollen sind, geht halt gar nichts mehr. Also ich habe wirklich faktisch meine Augen fast nicht aufbekommen, wirklich nur so ganz kleine Millimeter Schlitze und ja, und dann hat es teilweise, man merkt es am Augenrand, hat es bei mir noch gebrannt. Also bei mir hat es sich angefühlt wie so eine krasse Bindehautentzündung. Ich meine, es war nicht lichtempfindlich, also wirklich, du sitzt dann relativ im Dunkeln und kleinste Lichtquellen sind einfach unangenehm. Also jetzt nicht, dass dir einer mit dem Dolch ins Hirn sticht und du rein zusammenbrichst, es ist einfach unangenehm. Man möchte einfach weg, man möchte wieder ins Dunkel. Genau, das heißt, ich saß zwei Tage auf der Couch, nämlich genau hier. Ihr alle kennt vielleicht die treuen Simpsons Fans, so wie ich. Die kennen die Coole in der Couch von Homer Simpson, die er sich über Jahre mühsamst da reingesessen hat und so ähnlich war das bei mir. Ich habe meine Coole in zwei Tagen eingesessen, weil ich wirklich die ganze Zeit nur in der Ecke saß und Fernsehen gehört habe. Das war das Einzige, was ging, weil, ja, aus Handy schauen ist nicht möglich, Fernsehen schauen ist sowieso grundsätzlich nicht möglich. Das dauert ungefähr drei, vier Tage, bis das halbwegs funktioniert. So, genau. Das ist unangenehm. Ich war allerdings erstaunt, nachdem ich dann ungefähr nach, ich weiß gar nicht, so drei Tagen, zweieinhalb Tagen wenigstens mal kurz wieder für fünf bis sechs, sieben Minuten meine Augen aufmachen konnte, wie scharf ich das schon gesehen habe. Das war voll mindblowing, ja. Aber viel geht noch nicht, ja. Also man muss wirklich, man schont sich. Also ich habe von dem, von dem, von dem Ärzte-Team, ich habe zwei Kühlbrillen mitbekommen, also ich saß eigentlich zwei Tage mit Kühlbrille auf der Couch und habe gehofft, dass es besser wird. Und was einen aber motiviert und was hilft und es erträglicher macht, ist, es geht tatsächlich sehr schnell. Also jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, war das Gefühl, 30 Prozent besser als am Vortag. Also man merkt wirklich dann doch sehr schnell, so unangenehm wie es ist, wie es besser wird. Du kannst am Vorabend, ich weiß das erste Mal, wo ich am Vorabend konnte ich, ich glaube fünf oder sechs Minuten hatte ich die Augen offen, um die Spülmaschine auszuräumen und danach saß ich wieder, oh, Entspannung, mit meiner Brille auf der Couch und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und konnte schon fast durchgehend eine halbe, dreiviertel Stunde meine Augen offen lassen. Dann wollte ich wieder kurz ein bisschen zumachen, aber so und am Ende des Tages habe ich komplett meine Augen offen gehabt. Also das geht wirklich sehr schnell. Wichtig ist, man bekommt sehr viele Augentropfen, das heißt, du musst jede Stunde tropfen, dann gibt es noch zwei Tropfen, die du alle dreimal am Tag nehmen musst, also morgens, mittags, abends. Das ist sehr wichtig, damit das Auge feucht bleibt, damit es weiter desinfiziert wird, dass die Heilung vorangetrieben wird. Und das fand ich am Anfang tatsächlich auch sehr nervig und unangenehm, also nicht nervig, aber unangenehm, weil ich meine Augen nicht aufbekommen habe. Meine Augen haben extremst getränt. Also ich habe gefühlt, meine Augen ein bisschen bewegt und dann die Sturzbäche von Tränen wirklich nach unten geflossen. Also es hat getropft auf die Couch, das war der Wahnsinn. Du bist lichtempfindlich und wenn du dann jede Stunde ins Bad musst und deine Augentropfen reinmachen, du bekommst deine Augen eh schon kaum auf. Das heißt, ich habe versucht, so gut es geht, ohne irgendwie Schmutz ans Auge zu bringen, zu ziehen, mich hin zu beugen, diese mini kleine Öffnung zu finden, rein zu tropfen. Man sieht ja auch nichts. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich fast nichts. Weil ich halt, das passt sich halt alles an, das ist noch nicht perfekt. Und dann kommt das Lichtproblem, weil ich kann es ja nicht im Stock finstern machen. Aber wenn ich irgendwo einen Lichtschein habe, also ich hatte meistens quasi mein Wohnzimmer dunkel, ich hatte mein Bad dunkel und habe dann irgendwo ganz hinten in der Ecke habe ich so einen Schlitz vom Rollo offen gelassen und habe dann versucht, anhand dieses Lichtstrahls irgendwie die Öffnung meines Auges, also das war ein Chaos und das war nervig und ach Gott, mein Gott. Aber wie gesagt, es geht schnell vorbei und wenn es dann vorbei ist, dann es wird wirklich sagen wir mal 24 Stunden ist ein bisschen für ein A und danach wird es einfach immer besser und dieses Fremdkörpergefühl geht auch relativ schnell vorbei. Also ich glaube, nach zwei Tagen habe ich überhaupt gar nichts mehr gemerkt. Und mit zwei Tagen meine ich wirklich faktisch 24 Stunden. Das heißt, ich war an einem Mittwoch bei der OP um 15 Uhr und Donnerstag, Freitag, ja gut, sagen wir vielleicht so drei Tage, am Samstag war das eigentlich, konnte ich meine Augen auflassen und das war wieder alles Tutti und ich hatte aber schon am Freitag eigentlich kaum noch Schmerzen. Also wirklich der Hammer, der absolute Hammer und jetzt bin ich gerade so in der Phase, wo sich noch einige Sachen anpassen. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage tatsächlich relativ schlecht gesehen, auf die Nähe und auf die Weite. Das ist aber wahrscheinlich, weil jetzt gerade diese Verkrustungsphase ist, das heißt, es ist zugewachsen und jetzt habe ich wie so ein Grind auf meinem Auge und wenn der dann weg ist, dann ist alles, dann habe ich quasi Clear Sight, ja, dann sehe ich alles. Ja, ist aber auch kein großes Problem. Ich bin nur einfach sehr froh, dass ich keine Brille mehr habe und alleine jetzt hier auf der Couch zu sitzen und so nach hinten aus meinem Fenster zu schauen, deswegen schaue ich immer so nach drüben, weil ich immer so ein bisschen rumgucke, ob es jetzt wieder besser wird vom Sehen und wenn ich da so rausschaue und sehe einfach bis zum Nachbarhaus, was da alles passiert und Blumen auf dem Balkon und also es ist der Hammer. Ah ja, ganz wichtig, das Wichtigste wahrscheinlich, Kosten. Ich habe jetzt gezahlt knapp 3000, 29, 28 irgendwas um die Drehe, da ist dann aber schon diese Prä-OP-Untersuchung mit dabei, die natürlich auch, ich glaube, die kostet ungefähr 500, 600 Euro allein, weil du natürlich viele Spezialgeräte hast und so weiter. Du bekommst relativ viele Augentropfen als so Grundpaket schon mal mit, die kosten auch einiges an Geld, das weiß ich, weil ich mir nur die Befeuchtungstropfen habe ich mir nachgekauft, ja, vor kurzem und ich habe ungefähr für zwei Packungen von dem Zeug habe ich, was war es, 61 Euro gezahlt? Abartig, das Zeug ist abartig teuer. Also von dem her, das ist auch mit drin, dann ist die OP mit drin, die ganzen Nachuntersuchungen, Nachbehandlungen und so weiter. Ja, finde ich, es ist ein Geld natürlich, aber dafür, dass ich für den Rest meines Lebens keine Brille mehr tragen muss, finde ich es okay, zumal ich habe jetzt für meine letzte Brille, ich glaube 700 Euro gezahlt und das war nicht das Gestellen. Nein, ich trage kein Gucci Spezial Blah, sondern mein Gestell war echt ziemlich günstig, ich glaube, das war 120 Euro und nur die Gläser, haben diese restlichen 500, 600 Euro ausgemacht, weil ich mir halt dachte, wenn ich schon den ganzen Tag Brille tragen muss und diese ganzen Jahre, dann versuche ich wenigstens auf Qualität zu achten, so wie bei Schuhen von mir aus, keine Ahnung, ich muss ständig Schuhe tragen, ich sollte vielleicht nicht die 12,90 Euro Schuhe tragen, vielleicht einfach welche, die ein bisschen besser für meinen Fuß sind. und dann ist man ganz flugs und ganz geschwind bei dem Geld und wenn du jetzt überlegst, du brauchst vielleicht alle 5 Jahre, vielleicht manchmal auch öfter eine neue Brille, ja, das ist teuer und nervig und unpraktisch und ich bin einfach wahnsinnig froh, dass ich das Problem jetzt hoffentlich dreimal Holz für die nächsten 150 Millionen Jahre nicht mehr habe. So, dann war es das von mir soweit. Vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich auf Fragen, Anmerkungen. Wie sieht es bei euch aus? Könntet ihr euch das auch vorstellen? Seid ihr Brillenträger? Habt ihr Angst davor? Ich habe tatsächlich auch viele in meinem Bekanntenkreis, die sagen, um Gottes Willen, niemals, ich will es zwar eigentlich auch, aber niemals könnte ich mir vorstellen, jemand an mein Auge ranzulassen, was ist, wenn ich blind werde? Um Gottes Willen, ah ja, übrigens das auch. Man kann nicht blind werden. Man kann es nicht. Du kannst nicht während der Laser-OP erblinden. Der schlimmste Fall der Fälle, der allerschlimmste Fall der Fälle, es gibt einen Stromausfall über Gesamt München, Europa, Deutschland, weltweit. Wobei, dann haben die wahrscheinlich Hilfsaggregate, aber jetzt selbst, wenn sie das nicht hätten und dann fällt einfach der Laser aus. So, dann hast du im schlimmsten Fall die HIV-OP hinter dir und musst nochmal hin, weil das logischerweise noch nicht alles war. Blind werden kann nicht passieren. Es besteht, wie bei allen operativen Eingriffen, natürlich immer eine Gefahr, dass im Nachgang, wenn es zu Infektionen kommt, wenn Schmutz in die Wunde kommt oder da irgendwas nicht richtig gemacht wird, dass sich dann Infekte entwickeln, die dann dazu führen können, dass eine Beeinträchtigung der Sehfähigkeit entsteht oder im schlimmsten Fall der Fälle Blindheit. Aber es kann nicht passieren, wie im Horrorfilm, dass du da liegst und plötzlich macht der Laser-OP und auf einmal, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist dein halber Kopf weg oder eine Ahnung ins Gehirn gelasert oder du siehst einfach nichts, wenn du bist erblindet, das kann nicht passieren. Trotzdem verstehe ich, dass viele Leute sagen, es sind meine Augen, wenn da irgendwas passiert und ich danach blind bin, um Gottes Willen, oder einfach, weiß ich nicht, mit einem Auge nichts mehr sehe oder what not. Viele haben da tatsächlich sehr viel Angst davor, was ich absolut nachvollziehen kann. Ich hatte das jetzt nicht, weil ich mich einfach sicher gefühlt habe und gut aufgehoben bei diesem Arzt, bei diesem Augenzentrum. Deswegen habe ich da tatsächlich mir nie Gedanken gemacht, dass ich irgendwie vielleicht meine Sehfähigkeit verliere oder irgendwas. Aber wie gesagt, mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Vielleicht hat es ja der ein oder andere von euch auch schon gemacht und kann dann von seinen Erfahrungen erzählen. Freue ich mich jedenfalls sehr drauf. Also nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!